Wir haben den 20.03.2022. Es kann sein, dass hier... Die Bachstelze in der Nähe ist? Die Pfohnnüsse? Oder ist das der Hausrat Schwarz? Das ist der Hausrat Schwarz. Den habe ich schon lange nicht gesehen. Ich habe mich letztens gefragt, wo das ist. Jetzt habe ich ihn aus dem Zimmer heraus gesehen, vorbeifliegen. Ich habe aber nicht erwartet, dass es da ist. Das ist der Hausrat Schwarz. Wenn wir jetzt auf das Bild nachschauen, dann merkt man, dass... Hier ist die Ente, die ständig vorbeifliegen sind. Vielleicht drei Wochen. Jetzt sind wenige Leute unterwegs. Ich will heute ein paar Naturaufnahmen machen. Mach es. Spazier. Ja. 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 Ja, das ist wieder... Ja. Ja. Mensch. Das ist der Hausrat. Vielen Dank.